O-A-A-D.E. One Every Day keeps the doctor away. Was kochst du heute? Mit der kostenlosen Rezepte-App bekommst du täglich wechselnde gesunde Rezepte, die du in weniger als 30 Minuten kochen kannst. 2018 wurde die App von Google mit dem Design Award ausgezeichnet und das Design ist wirklich nett. Viele Bilder, Anleitungstext relativ klein gehalten, das sieht alles sehr gut aus. Folgende Features gibt es. Jeden Tag drei gesunde Rezepte zum einfachen Nachkochen, abwechslungsreiche Rezepte von Vegan bis Fisch zu Low Carb, Schritt für Schritt Fotoanleitung, damit dein Abendessen sicher gelingt, habe ich eben gesagt, Fotoanleitung, sehr schön. Speichere deine Lieblingsrezepte in den Favoriten, finde mit dem Filter schnell das passende Rezept, teile deine Lieblingsrezepte mit Freunden, man kann die nächste Supermarktfiliale auf der integrierten Map finden, man kann eine Einkaufsliste erstellen aus mehreren Rezepten inklusive Preisen, Portionsrechner und Nährwertangaben. Wir werden euch angezeigt und es ist eine kostenlose Koch-App, das habe ich ja schon vorgelesen, das Ganze in einem schönen Design. Nette Rezepte, ich habe das noch nicht nachgekocht, habe es aber vielleicht mal vor. Captain Cook gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Mension an twitter.com slash oneappatalk. Olappatalk Olappat Vielen Dank.